So meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Tay, zu, zu, alle warten Tay T-Series, unser Minecraft-Story-Mode. Ich halte einen Teil mal an und hinschalte mich. Wo ist Petra? Wir haben alles, was wir können. Was hast du gesagt? Jesse, was er spricht? Weil es nicht so gut ist. Er hat sich geblüht. Was ist das sogar noch? Was? Nein. Du kannst nicht... Petra ist noch da drin. Du kannst nicht das auf mich. Ich habe Angst, nur für einen Moment. Du hast Angst? Ich habe Angst, dass es nicht dein Problem ist. Du hast Angst, aber es ist nicht dein Problem? Geh, Angst. Ich habe Angst, dass du zurückkriegst. Nein. Wir müssen nur warten. Denken Sie, was du in die Hand gehst. Es gibt nichts, was du tun kannst. Du kannst nur auf dich getötet. Du wirst nicht wissen, du wirst nicht wissen. Hey, da ist sie. Komm schon, komm schon. Ach, der Wichser ist... Du wieder. Du kannst du auch nicht in die Hand gehst. Geh, du kannst du nicht in die Hand gehst. Scheiße. Petra. The girl. I saw her. What? While I was running toward the portal, I passed her. She was running in the opposite direction. Such bravery. Of course. There's a fine line between bravery and stupidity. And your friend has crossed it. I'm saying she's stupid. You're a coward. Maybe. But I survived. And that's what counts. There's more to life than survival. Without survival, there is no life. Through that tunnel is a network of minecarts built by the Order of the Stone. It's your only way out. We should go that way. Time's wasting. Let's go. Much as I hate to admit it, he might be right. Bravo for embracing the truth. What was that? I would wish you good luck, but luck won't carry you through the Nether. You have my sympathies. Oh, nein. A fatter Arshmallow. Oh, Pikman. This must be what Ivor was talking about. Go, 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 go. Everybody, hold on. That's the shit. Wow. The Nether. Yeah, that is a lot of lava. And fire. And other things that could burn you to death. Oh That's a drop. That is very very much a drop talking about new guy. What drop? Oh, yeah, come come here. Here we go I Okay, so I'm not the only one seeing that we're running out of track, right? No good Jesse that's rich now. Do it don't fail me now Wow, I thought something bad was gonna happen there, but I guess everything's gonna be Whoa Oh man Axel, Olivia Ruben That's uh Hang on Ruben Ruben Okay, Ruben remember how I said everything was gonna be just fine before I know I was wrong then but I have a very good feeling Whoa Oh, no Duck! Oh Well gas her officially crossed off my DC list don't gas never need to see them Oh, crap. Heilige Scheiße. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Du Scheiße! Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich bin nicht tot, ich denke, das ist ziemlich gut. Ditto. Ditto, dass ich nicht tot tot. Ich kann nur nicht glauben, Petra kommt hier all die Zeit. Das Ort ist riesig. Your throat wird wieder soar later, Axel. Warum? Wir waren einfach glücklich, dass wir es auswählen sind. Das ist mehr als die meisten Leute sagen. Seine Zähne sind wahrscheinlich immer noch in der Lava. Wow. Morbid. Ja. Sorry. Aber wahr. Das sind meine Leichen sind auch noch ein bisschen höher. Ja. Kannst du auf, wie... ...inside dein Körper? Ja. Ich weiß, weil ich nur fünfmal habe. W- ...und von hier. Da ist der Portal. Das ist was Gabriel sagte. Das ist unser Weg raus. Es muss zurückgehen. Die Zähne sind auch wo der Kreatur ist. Er ist richtig. Wir haben keine Ahnung, was wir gehen in. Es könnte gefährlich sein. Es ist gefährlich. Danke für dich zu sein, Axel. Alles klar, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt auf dem anderen Seite. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt auf dem anderen Seite. Ich gehe jetzt. Schau dich. Danke, Jesse. Okay, not what I was expecting. Ja, ich denke schon. Ich habe das ein Monster erwartet und natürlich. Ich habe... Oh man, das war knapp. Ja, das war mir gesagt. Okay, dann vielleicht das ist der Temp... Ich bin schrecklich. Axel, komm mal. Wir müssen eine Schilder bauen. Ich dachte, das war was ich gesagt, aber... Du bist richtig. Wir müssen hurry. Ich sage, wir bauen eine Trehehaus. Das dauert lange, und wir werden uns immer wiederholen, während wir machen. Wir brauchen einfach eine schnell und schrecklich Hutt. Look, was auch immer es ist, wir müssen es schnell machen. Hütter ist doch besser. Hütter ist besser, weil... Persönlich kann man sich da schützen. Wenn man weiß, dass was da in der Tür kauft, kann man es einfach nicht in der Tür. All das funktioniert? Und wir sind immer noch auf Augenlevel mit Monsteren, die uns versuchen, zu töten. Es ist fertig. Es ist vorbei. Wir sprechen nicht mehr über das. Wir könnten vielleicht ein Multilevel-Thinge haben, aber... Es ist zu lang. Ich meine, es ist... Es ist cool. Lass uns das zusammenhalten, Leute. Oh, man. Was? Ich werde dir etwas sagen. Du musst dich nicht zufrieden. Was ist das? Ich habe Cookies. Nein! Eine für mich, eine für Olivia, eine für Jesse. Danke, Axel. Und eine für Ruben. Sorry, Lukas. Ich habe nur vier. Oh, nein. Es ist okay. Ich bin nicht so hungry, irgendwie. Ich habe es nicht. Take it, Lukas. No, no. I... I can't do that. I insist. Thank you, Jesse. That was for you, Jesse, not him. Es ist okay. Oh, das ist okay. Das kann man sagen, das von mir. Ich kann nicht nur mope. Wir müssen unsere Spirits hochhalten. Nein, wir sollten mope. Das ist genau das, was wir sollten. Axel. Ich bin richtig, richtig? Vielleicht, aber sie wird gut. Was macht dich das? Sie muss gut sein. Okay. Dann, uh, wir sollten uns ein bisschen resten. Wir müssen versuchen zu suchen, für den Tempel so early wie wir können. Now, meine guess ist, wenn wir in der Portal starten, und wir uns ein bisschen verletzen. Oh, was hast du gemacht? Did I do something to you? I'd really like to know, because you keep getting on my case for what seems like no reason. We'll figure it out in the morning. Maybe you're right. I'm pretty exhausted. Jesse means us, not you. Axel, we'll figure it out in the morning. You're the only one wearing that stupid jacket. Don't tell us what to do. Take. That. Back. Can't. Wouldn't. You know what? I get to wear this jacket because I know how to build. But that doesn't mean I don't know how to break things. Your threats don't scare me now that we know how you really are. Jesse, your friend is way out of line. I wasn't going to bring it up, but I can only take so much. Let's just drop it. Don't be like that, Jesse. Just drop it. Haven't you done enough damage for one day? Petra might be dead because of you. You're taking this too far, Axel. I don't have to take this. Listen, why don't I just leave and let you guys hash this out? You can't leave. It's dangerous out there. I can take care of myself. It's what Axel wants, right? Let him leave if he wants to leave. Nein. You're not going anywhere. But Jesse... That's enough. We're all on the same team now. He's staying. Zombies-sized chickens. That's what I would fight. Why is that? We're all on the same team now. Because I'm starving. Thanks for keeping me around, Jesse. Yeah. The Hütte was also so good, I would say. Personally. I'm starving. 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 Was so, don't worry. Axel will get over it. But still, the way it all went down wasn't cool. Give it time, come around. Thanks, Jesse. Hey! There's something over that way. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Das ist gut, das ist es. Was ist das? Das ist das, was wir versuchen zu herausfinden. Das ist das Tempel des Ordens der Stöhne. Lukas, bist du sicher? Er ist richtig, schau. Holy crap! Du denkst, dass sie da sind? Lass uns in und herausfinden. Lass uns alle aufhören. Okay. Wenn du etwas spätst, schau es raus. Wir haben nicht viel Zeit. Ist es nicht wunderschön, wie die Dispensers sind wie späckige kleine Gesichter? Was machst du, kleine Junge? Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich nicht wissen wollen. Geh hinter mir. Oh... 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 Um... Um... Was ist das? Was ist das? Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Sache. Oh, komm mal, Dispenser Bases. Ich dachte, wir waren Freunde. Run! Move, 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 move. Move, 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 move. Oh... We're trapped! We activated the Dispensers with that pressure plate. If we can figure out a way to trigger it again, I bet that will shut them off. There's a crafting table, maybe we can make something useful. Uh-oh. Out of what? We don't have anything. All of our tools and materials are back home. All right, everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. Let's see, I've got some flint and steel, a sword, oh, and some string from a spider that I fought for. String, sticks, lint, and feathers. Okay, or you can do the arrow first. So, 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 and so. Meistens are the bobs good. Also the monsters. Let's do this. Oh yeah, and now we're going to the next episode, guys. We're going to the next episode. We're going to the next episode. I'm going to see you next time. See you next time. See you next time. Bye. 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 So...